Herzlich willkommen. Ich bin Sabrina Flori und ich arbeite als Fachfrau Gesundheit im dritten Lehrjahr im Generationenhaus. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick von meinem Alltag geben. Wenn genau du dich hier bewerben möchtest, dann ist die wichtigste Voraussetzung, dass du offen für Neues bist, dass du teamfähig bist, kommunikativ und einfach Interesse am Lernen, am Weiterentwickeln hast. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass jeden Tag vielfältig und abwechslungsreich ist. Bezogen auf das Generationenhaus ist, dass ich auf einer Ausbildungsstation arbeite. Wir können hier sehr selbstständig arbeiten, ohne die Hierarchie und was dieser Betrieb, finde ich, ausmacht. Meine Tätigkeiten als Pflegefachfrau Gesundheit im dritten Lehrjahr sind zum Beispiel Pflege und Betreuung, Senioren unterstützen und begleiten, das medizinal-technische Medikamenten richten, Diagnose der Bewohner mit den Medikamenten vergleichen und so weiter. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in mein Arbeitsalter gehabt. Wenn es dieses Interesse geweckt hat, dann bewirb dich bei uns. Pflegefachfrau